Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy Und wir werden hier irgendwelche fühlen Hier wird sicherlich irgendwo wieder so ein Rätselchen sein Das war gemein Ich hoffe Das wir hier gleich Das Ding ein bisschen Haha, so geht das Äh Wir müssen Sachen machen können Okay, wir können da jetzt irgendwie runter Ich hoffe, dass wir aber auch irgendwie Es war so klar Okay Irgendwie Ist hier zwar Können wir hier irgendwie runter Aber irgendwie Auch irgendwie nicht Vielleicht müssen wir hier als Schlange durch wieder Das ist der Frosch Das ist die Schlange Die schlammen jetzt nicht Ah, ich hab da so eine Idee So Ein gezielter Schuss ist der Trick Ah Das ist jetzt nicht cool Aber egal Probieren wir es Fire So Zumindest haben wir nochmal einen Herz hinbekommen Ach, ein Glück Wir können hier sogar noch Unsere Lebenspunkte einmal auffüllen Und wir können hier Auch nochmal Sachen kaufen Perfekt So Hab ich das doch gerne Dick 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 Okay Gucken wir uns nochmal ein bisschen Nö, mal die brauchen wir nicht Also die 500 Punkte haben sich echt gelohnt an dieser Stelle Aber ich bin jetzt mal echt gespannt Was hier jetzt abgeht Wie kannst du es wagen Unangemeldet hier zu erscheinen Siehst du denn nicht Dass wir schon genug Probleme Wegen diesen Äh Dieses Vertrottelten Hofnarren Und seine Stabs haben Es tut mir sehr leid Eure Hoheit Ich bin hier Damit ihr meinen Onkel Nabu Nicht köpfen lasst Es klingt unglaublich Aber er hat sich momentan Nicht unter Kontrolle Bist du etwa Mit diesem lästigen Narren Etwa verwandt Wie kannst du es wagen Ihn zu entschuldigen Äh Ihn zu entschuldigen Sieh was er Meiner wunderschönen Frau Nach der Flucht Aus seiner Zelle Angetan hat Hahaha Das ist ein Nilpferd Entschuldigung Heißt das Er hat die Burg verlassen Nein Mysticats Hat sich mal Wieder bewährt Und hat Nabu Rechtzeitig Äh Wieder dingfest machen können Weine nicht Süße Rachel Ich werde Diesen hässlichen Fluch Von dir nehmen Auch wenn ich dafür Ein oder zwei Köpfe Rollen lassen muss Nein Wenn hier jemand Eine Strafe verdient hat Dann ist es Sir Mysticats Ich wette Er steckt hinter Diesem ganzen Schlamassel Erst platzt du In meinem Thronsaal Und jetzt Bezichtest du Meinen treuen Berater Des Verrats Nun Ich bin mir sicher Dass du den Verstand Verloren hast Mysticats soll sich Um dich Ebenfalls kümmern Und zwar sofort The fuck Wow Ich verliere die Kontrolle Wie soll ich mit diesem Inkompetenten Hohlkopf Chaos im ganzen Reich verbreiten Aber mein Lord Es ist der Königliche Nektar Er ist Deine Ausreden Interessieren mich nicht Deine Auswahl An Schachfiguren Für unsere Pläne Hat sich schwer Er hat mich schwer Enttäuscht Mysticats Jetzt reicht es Habt Geduld Meister Ich verspreche euch Dass sich das Tor Bald öffnen wird Autsch Wer baut denn hier Ähm Denn eine Falltür Im eigenen Äh Für den Autsch Wer baut sich denn Eine Falltür In den eigenen Keller Mysticats Was macht ihr hier Und mit wem Sprecht ihr Naboo Erledigen ihn sofort Wait What Was wird das Äh Okay Moment Äh Ah Verstehe Trotz allem Bin ich hier gerade Im Füschel verwirrt Was ich hier eigentlich Machen muss Probier es einfach mal Da mit Okay Wieder nichts Äh Moment Ich hab doch hier Eigentlich meine Eisskiefel an Bin ich der Meinung Oh nee Ich hab die Wolkenschiefel an Das ist blöd Ich mach mal Die Wolkenschiefel Yay Ähm Was auch immer Jetzt Bin ich Ob hub Was müssen Ich bin Was ist Ich bin Ich bin Wo mount ich bin Ich bin Leck Ich bin Ich bin Ich bin ерт Ich bin Also Moment, also diese Waffe ist mir viel zu langsam. Okay, ich check nicht. Genau wie ich den da rausbekomme. Bezug? Okay, auf jeden Fall brauche ich hier Feuer. Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Jetzt muss ich wieder die Tür, wo die ganzen Gegner kommen. Okay, das hat funktioniert. Aber was jetzt? Jetzt bin ich irgendwie eine Ratte. Jetzt bin ich eine verwirrte Ratte. Jetzt bin ich eine verwirrte Ratte. Ich check's nicht. Ich check's echt nicht, was ich bei dem Dude machen muss. Also, das ist so einigermaßen klar. Genauso wie ich halt eben hier weglaufen muss. So, das war irgendwie klar. So, jetzt hab ich das. Weil jetzt muss ich irgendwas machen. Da ist Wasser. Okay. So, hier muss ich Feuer boosten. Okay. So. Achso. Hier muss ich nichts großartig beachten. Okay. Okay. Hier kann ich einfach Feuer aktivieren. Gut. Check. Okay. Jetzt muss ich mit der Schlange rumlaufen. Jetzt will ich fragen, in welche Richtung her. Ah. Ah. Ich muss das immer genau in die Richtung, in die ich gerade... So, jetzt hat es funktioniert. So, jetzt nehme ich mal eine Ratte. Okay. Diese Ratte muss ich ausweiten. Verstanden? Ich verstehe nicht. Ah, Moment. So, das ist das Wasser. Aha. Und jetzt hier. So geht das. Okay. Diese blaue Flüssigkeit schmeckt komisch. Das winkt mich nie wieder davon zu trinken. Au. Okay, jetzt sehe ich zwar wirklich die blaue Flüssigkeit. Ach, damn it. Okay, das ist aber nicht dramatisch. Da passiert mir nichts. Ich muss auf jeden Fall einmal die richtige Reihenfolge haben. So. Yes. Das hat funktioniert. Okay. Da oben. Nein, das war bis zu viel. Und nochmal. Ach, fuck it. Ich muss hier ausweichen und wieder ausweichen. Ich muss hier ausweichen. Ich muss hier ausweichen. Ach. Okay, das ist immer noch ein bisschen. So, jetzt liegt es da wieder Feuer, um diese Dinger kaputt zu machen. Und nochmal. 1, 2, 3 und nochmal. 1, 2, 3 und wieder der Oberen. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ne, das hat nicht funktioniert. So, Feuer ist relativ groß, dadurch, dass ich die Eisrüstung habe. Ach scheiße. Okay, hier. So, hier. So, das geht relativ einfach. Jetzt müssen wir wieder... richtig... Ich glaube aber, es wäre sinnvoller, hier eher sowas zu nehmen. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Wieder nicht. Okay, dann ist es sogar relativ egal. Dann bleiben wir bei der Eisbringer, wie es ist. Und nochmal. Können wir das irgendwie vielleicht beeinflussen? Na klar, können wir das beeinflussen. So, das sieht doch gut aus. Und... Gib ihm! So. Ein zweites Mal erwischt. Und... Ich bin Jin, dein Neffe. Warum kämpfst du mit mir? Das macht doch keinen Sinn. In einem vorigen Leben kannte ich mal einen Jin. Aber der kannst du nicht sein. Seine Haare waren blau. Komm schon, kennst du mich nicht wenigstens meine Stimme? Okay. He's just doing it now. So. Vielleicht noch ein drittes Mal. Ey. Das war gemein. Du kannst ja auch sehr gut, als ihr diesen Spiel lockschauen würde. Schweine gehabt. Ich muss mal gucken. Wisset ihr so mal gucken? Nee. Ja, dann bin ich nicht. Da ist hinten noch ein Zungen spaß. Ach, komm! Und nochmal. Sollen das jetzt gehen? Ich glaube ich habe da so eine Idee, ich glaube der Trick ist, an dieser Stelle, und nicht mit einem gänzlich fack anderer. Aber egal, ich habe zumindest ein bisschen dem Punkt noch mal zugekommen. Okay, und, jawoll, habt ihr? Ich glaube der Trick ist es jetzt, indem ich hier einmal ausgeglichen bin. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich... Wie soll ich den da hochbekommen? Ganz im Ernst? Äh... Äh... So, dich habe ich jetzt. Okay. Ja, den Laserblitzen auszuweichen ist schier unmöglich. Ach, komm. Okay. Was war das jetzt mit dem Drappen hier? Achso, das war ja mein kleiner Freund, mein, mein, ähm, kleiner, mein, mein Bruder. Okay, Nummer eins. Das war ja relativ easy sogar. Okay, Nummer eins. Klingt jetzt die ganze Gegend mit mir Lebenspunkte, damit ich nicht so schnell sterbe oder wie. Ich würde ja auch einfacher sein, wenn... Ja, nicht die ganze... Also, wenn ich für den letzten... Für das letzte Pattern noch mal zumindest irgendwie einen kleinen Hinweis bekommen würde. So, jetzt... Der oberste. So. Und... Okay. Dich habe ich jetzt. Der zwölf letzte Pattern ist irgendwie seltsam. Der zwölf letzte Pattern ist irgendwie seltsam. Weil... Ich meine, das... Das verstehe ich ja. Dass er dann hier... Ah, mal... Fuck. Den macht. Was bringt das so irgendwas, wenn ich nach oben stehe? Nee, das bringt überhaupt nichts. Ähm... Ähm... Jetzt ist das Ding aber kaputt. Ich komme besser. Das letzte Pattern schnallert mich nicht. Ach komm, als hätte ich da ne Chance gegen gerade. Das habe ich. Das habe ich. Ich denke, wir haben hier 3-3, ne? Was passiert, wenn ich einfach hier hinten bleibe? Auf dieser Seite? Was ist das denn mit dem Sand? Ich bin wegkommig versaut hier gerade. Ah, ok. Aus irgendwelchen Gründen. Hier sind gerade irgendwelche Kästen. Ich habe hier irgendwelche Kästen kaputt. So. Ah. So. 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 Wo häppern wir? Wohem die los werden soll Aber es geht auch nicht von irgendeiner Rechnung Hmm Pächerung hier Und dann auch noch das Und dann auch noch das Na gut Das ist relativ easy Ich mach es mal ganz einfach, stemmt hier hinten Weil hinten kommt hier gar nicht an Aber selbst das bringt einfach überhaupt nichts Haha Fett Dehe den Trick an dieser Stelle gerade Überhaupt nicht Ach komm Ähm Ne, irgendwie, irgendwie will mir das nicht vom Kopf Ich meine es ist klar welche er an der Stelle übernimmt Aber es ist mir nicht klar Ach, krass Aber es ist mir echt nicht klar Wie er das an dieser Stelle Irgendwie Handeln soll Es ist mir irgendwie Irgendwie Nicht so ganz klar So, da sind sie wieder Meine Problemchen Wup, wup So, da sind die Wunsch Äh, und dann ist er nun zwei Alles klar? Gut, okay Hab verstanden Wurden 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 Ich bin vielleicht irgendwie mit den... Das funktioniert nicht. Ich hatte gedacht, da gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ding irgendwie zu verschen. Oh, komm. Irgendwie zu ... äh ... Nee, das kann ich einfach nicht. Moment. Okay. Feuer bringt auch nur was, wenn ich komplett ... nein, nur wegen dem Feuer, wenn ich alles eingesammelt habe. Okay. Okay. Und dann bin ich ... Ne, tut mir leid. Ich gucke mal nach, wie das Ganze hier ablaufen soll. Ich habe keinen Plan. Ich gucke mal nach, wie das Ganze hier ablaufen soll.